Showmaster von heute reden viel, aber sagen wenig. Das hat Kuhli nicht nötig gehabt, nie hat er das nötig gehabt. Er brauchte keinen großen Showapparat. Er war auf der Bühne, er war vor der Kamera, er existierte, er war präsent, allein durch seine Persönlichkeit. Helmut Herkenroth erinnert an einige Stationen seiner Karriere. Guten Abend. Danke schön. Wir sehen uns noch. Zum letzten Mal also EWG, gestern Abend in der Frankfurter Festhalle. Auf stattliche 33 Minuten und 35 Sekunden Überziehungszeit brachte es Deutschlands beliebtester Quizmaster zum Abschied. Überraschung für Kuhli, Mitarbeiter, die ansonsten meist hinter den Kulissen arbeiten, drängten sich applaudierend in die Kulissen und aufs Podium. Ein Dankeschön zu sagen dem Mann, der mehr als 34 Jahre lang erfolgreich Quiz-Sendungen gemacht hat. Einer wird gewinnen. 82 Mal gab es dieses Quiz. 648 Kandidaten standen dabei auf der Bühne. EWG, erfolgreiches Endprodukt einer erfahrenen Mannschaft um Hans-Joachim Kuhlenkampf. Kuhlenkampf, Jahrgang 1921, geboren in Bremen. Als junger Schauspieler in Frankfurt fand er Kontakt zum hessischen Rundfunk schon 1947. Stimme, Witz und Schlagfertigkeit des Mannes ließen die Radiobusse aufhorchen. Immer häufiger stand Kuhlenkampf nun vor dem Mikrofon, im Studio, vor allem aber vor Publikum auf der Bühne. Heiß oder kalt hieß Kuhlis erstes Radioquiz. 1955 tauchte er auf dem Bildschirm auf. Eine der ersten Fernsehquiz-Sendungen hieß Zwei auf einem Pferd. Symbolträchtig posierten seinerzeit Programmdirektor Grünefeld und Kuhlenkampf auf einem solchen. 1964 dann erstmals jener Titel, wenn auch in anderer Schrift, der bis zuletzt das große Zugpferd blieb. Einer wird gewinnen. Die hessenschau dokumentierte im Juli 1963 im eigenen Haus ein Ereignis, das Quizgeschichte machte. Im Zimmer des Programmdirektors unterzeichnete ein nicht unbekannter Quizmaster einen Vertrag. Beobachtet von Produzent Martin Jente und von Regisseur Eckhardt Böhmer. Kuhlenkampf hatte damals einige Monate lang keine Quiz-Sendung mehr gemacht. Die Fernsehnation durfte aufatmen. Kuhli kam wieder. Und er blieb, auch das soll erwähnt werden, dem hessischen Rundfunk und damit der ARD treu. Nach Titel und Inhalt befragt sagte er 1963, Sie wird eine Quiz-Sendung sein mit Teilnehmern aus acht europäischen Ländern. Also ich hoffe, dass wir da den Ländern auch, die sich da anschließen werden, vielleicht ein bisschen Spaß machen, dass sie ihre Kandidaten wie bei uns in Deutschland dann sehen. Und ich will nicht behaupten, dass es die europäischen Gedanken sehr fördert, aber mir geht es jedenfalls so, erst einmal das sehr gerne, auch aus politischen Gründen, denn entgegen der weitverzweigten Ansicht vielleicht vieler Fernsehteilnehmer, hat auch ein Konferencier oder ein Schauspieler eine politische Ansicht. Und muss er heute haben, glaube ich. Ein moderner Mensch kann nicht einmal so durch die Gegend klatschen. Gibt es schon einen Titel dafür? Und der Titel, ja. Der Titel ist also... Ich spreche gerade von Politik. Ja, EWG. Also EWG sind die Anfangsbuchstaben. Einer wird gewinnen mit dem Untertitel Europäische Wochenendgemeinschaft. Von der ersten Sendung im Januar 1964 in der Rhein-Main-Halle Wiesbaden gibt es leider keine Aufzeichnung. Dieser Ausschnitt stammt aus der EWG-Sendung im Oktober 1965. Und wozu wollen... Sie wollen... Nein, wo kommen Sie her? Warte auf. Entschuldigung. Wo kommen Sie her? Aus München. Aus München. Oktoberfest haben Sie hinter sich? Ja. Wie war es? Ich war gar nicht da. Sind Sie eine Münchnerin? Nein. Quizmaster? Das ist, wie Kuhnenkampf einmal gesagt hat, eigentlich nur eine hübsche Nebenbeschäftigung. Gelernt hat er ja schließlich die Schauspielerei. Und immer wieder ging und geht er auf Theatertournee. Immer wieder aber reitet ihn auch der schauspielerische Übermut und er schlüpft in Masken und Kostüme historischer Persönlichkeiten. Vor allem dann, wenn es gilt, ein Film-Epos zu produzieren, das dem staunenden Quizpublikum und den Kandidaten vor Augen geführt wird. Kuhli als fliegender Holländer mit der Stimme Rudolf Schocks. Dass Kuhlis Leidenschaft das Segeln ist, dass er sich auf seinem Boot vom Quizstress erholt, hat sich längst auch im Binnenland herumgesprochen. Wer ja aus, ja ein Quiz-Sendungen macht, sucht auch mal nach Abwechslung, nach anderen Sendeformen. Feuerabend war solch ein Versuch. 1975. Gespräche und Spiele am Kamin. Wir nehmen an, eine gütige Fee wäre in der Lage, dem Herrn von Heeremann drei geniale Begabungen zu vermitteln. Entweder ein genialer Maler zu sein wie Picasso oder ein großer, weltberühmter Irrigent wie Herbert von Karajan oder ein Superboxer wie Cassius Clay. Was glauben Sie, Herr Mischnick, wofür würde sich Herr von Heeremann entscheiden? Für den Picasso, für den Karajan oder für den Clay? Für den Karajan. Für den Karajan, ja. Was Karajan unter den Dirigenten, könnte man jetzt sagen, das ist zweifellos Kuhli, Nun, was jedenfalls die Eins der ARD bedeutet, das hat er seinem Publikum vor zwei Jahren, als Sassinier neu war, deutlich erklärt. Sie sollten sich, weil es einigen von Ihnen schwergefallen ist, Sie sollten sich endlich mal an dieser Eins gewöhnen. Diese Eins ist nämlich mir nachgebildet. Groß, breit. Nur damit keine Verwechslung vorkommt, hat man den Riesenzinken da eckig gemacht. Das ist der ganze Unterschied. Nun verlässt also die personifizierte Eins, zumindest als Quizmaster, seinen Haussender, den HR. Der aber ließ sich natürlich nicht lumpen und lud alles, was vier Jahrzehnte Kuhli-Sendungen mitgemacht hat, zum Abschiedsbuffet. Und dann präsentierte HR-Intendant Hartwig Kelm das Abschiedsgeschenk, genauer gesagt eine symbolische Mini-Ausgabe davon. Sollte Kuhli, fragt man sich beklommen, nie zuvor Fernsehen als Zuschauer genossen haben? Mit Videorekorder bereits auf dem Weg zu Ihrer Wohnung nach Österreich. Ein besonderes Dankeschön gab es auch für Hans-Otto Grünefeld, den langjährigen Fernsehdirektor, und für Rudolf Küfner, den ebenso langjährigen Ausstattungschef. Und auch für Eckhardt Böhmer, den Regisseur, auch der letzten EWG-Sendung. Und obwohl alle geschworen hatten, keine Reden zu halten, gab es dann doch ein paar Abschiedsworte. Wir denken an alle und wir danken alle und ich danke allen. Und jetzt nochmal guten Appetit. Guten Abend. Hans-Joachim Kuhlenkamp fängt das Quizmachen an den berühmten Nagel, doch in anderen Sendungen wird er uns erhalten bleiben. Demnächst auf dem Bildschirm zum Beispiel als Lügenbaron Münchhausen. Vielen Dank.